Franz Neuländner, Skisprung-Ikone, heute bei Fischer und macht die besten Ski der Welt, habe ich mir sagen lassen. Franz, wer gewinnt die Verschanzentournee? Ich glaube, es wird ein Duell zwischen Deutschland und Österreich und ich setze jetzt mal auf, normalerweise müsste ich auf einen Österreicher tippen, aber ich sage jetzt mal, es gewinnt ein deutscher Severin-Freund. Klare Ansage. Franz, was lässt dich dazu kommen, Severin als Top-Favorit zu sehen? Er ist in einer bestechenden Form, ist auch jetzt derzeit Weltcup-führender und ich denke, dass die Österreicher in den letzten Jahren immer die Tournee gewonnen haben. Es wäre auch gut, wenn ein anderer jetzt einmal gewinnen würde und ich hoffe, es wird eine spannende Sache. Der Beste soll gewinnen. Und was bringt der Severin für eine Skimarker? Ja, natürlich Fischer. Danke Franz. Danke. Danke. Das ist gut.